hallo und willkommen zurück zu let's play ich muss gerade überlegen destiny wöchentliche dämmerung passiert mir gerade öfters ja echt ach so regenbogen woche voll geil alle drei flammen drinnen start wir sind die verbläten ich wollte das ganze ein bisschen chaotischer gestalten du bist du bist so verbläten so verbläten daher der name michael hast du echt mit allen drei das schiff ich wechsele einfach bloß oder immer wieder mit dem anderen charakter ja das schiff habe ich wirklich mit allen drei charakteren ja das ist das nicht nur ein anderes gibt sondern nur als so ein böllor technisch ein böllor technisch ja ich meine so ein kleines schlachtschiff wäre viel besser als dinget es wäre übrigens auch mal noch was geiles wenn man irgendwie so ein raumschiff krieg führen müsste ja ja schwarzen bildschirm das ist der sparrow aus der kleinen kammer da kannst du auf r2 beim boosten noch mal extra boost geben und zerreißt den irgendwann mein scheiß sparrow fällt um was machst du event was hat man das nicht letzte woche exakt hat man doch schon mal aber ich bin grad gegen das ding gefahren was da aus der erde kam ein event so ein zufall machen doch gleich mal ja was ist denn das für ein achso so was wie angenehm ist eigentlich ja das ist wohl auch richtig hoppala so ja Achtung Welle 1 gefallenen ins gift geil hinten ist ein level 11 da wird sich wir können jetzt eigentlich mit einsteigen können wir noch was bekommen ja richtig richtig wo sind sie wo sind sie wo sind sie guck mal in den himmel wo ist es da kommt ein schiffi wo bist du von oben oder ne unten ach da heißen hör mal meine neue pubgang ausprobieren da sind sie doch ich habe einen gerittenen aua wo ist er hin wo sind sie denn wo sind Gegner tot rot ist sie das grotas hunger grota hat den hunger oh jetzt so ein stück grota lecker ein stück kröte wo kommt denn das schiff kröta griffi wo ist er hallo da kommt ich höre gar nix ich sehe es nicht ach da hinten ist es ah nein ui blut komm schon zeigt eure hässliche visage wo ist eure hackfresse ihr penner piecher wixer trüffel wo bist du so einer ist weg oh ich glaube das war es oder jo ich glaube wir haben es hey warum bekommt ihr was ich mache die ganze arbeit ha 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 ja er braucht mehr er braucht mehr stücke hey mittlerweile 105 jetzt ich bin schon wieder bei 198 oder so kröster ne marten ich wollte gerade sagen ja ich habe so einen spontanen schub bekommen von dem ich nichts weiß ach so was was geil ist es gibt ja diese herausforderungen ähm im fusionsgewehr zwei Leute gleichzeitig töten ja mit der wegs kannst du es auch machen weil die als russionsgewehr läuft ach was habe ich schon getestet ach so kleine info vorweg für leute die es noch nicht wissen die haben hier beim arch und priester haben sie was gefixt offiziell ist es ein bug ja ja würde ich auch sagen ist wurscht ich habe es ausprobiert man kann trotzdem noch machen ohne sich unten die füße rund laufen zu müssen ja es gibt verschiedene wege ja wir haben das haben wir jetzt noch nie ausprobiert was für ein Schiff ja da ist doch das Raumschiff noch wo du beim Ding ins Rhein müsstest das große Schiff rechts ja was ist denn denn das siehst du auch wie er überlegt ja ja und ja ausprobiert übers tsst siehst du wie er überlegt kurgel 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 heik das hässliches Ding wow de schießt heik das hässliches ding guck da Ich hole ihn, ich hole ihn. Ich bin gegen deine Füße gehe, äh... Bums. Was brauchen wir denn hier? Äh, gegen die... Wechs brauchst du die blauen Dinger da, die Perlen. Okay, und... Wechs mit ihm. Oder Polyphage war's, glaub ich. Polyphone, Polyphage. Telefone. Telefone. Hey, ihr Wechs. Bumsmurmeln. Was? Ja. Liebeskugeln. Okay. Oh Gott! Selbstmord. Selbstmord. Was machst du? Eine Blitzkranne direkt vor mir ins Gesicht werfen. Aua. Durch den erhöhten Schaden, der auf alles zählt, ne? Liebeskugeln irgendwo hingeworfen. Ich hab' ne Liebeskugeln ins Gesicht geworfen, genau. Er wirft mit lieben Kugeln. Meist lieber mal Döse. Badballs. Können dir das wehtun, wenn die Dinger ins Gesicht bekommst? Aua. Ich weiß es nicht. Ich hatte solche noch nie im Gesicht. Ich auch nicht. Aua. Ich hab' noch nicht vor, die im Gesicht zu haben. Ich glaub von Levin fragen, der kriegt sich da aus. Levin, hattest du schon mal welche im Gesicht? Nein. Warum? Aber ich hab grad vier Rohre in meiner Hand. Aua. Alter. Alter. Und da kommt immer ganz viel raus. Ach. Ja, auf jeden Fall zu der Bugfixierung. Man konnte ja früher hier oben stehen und konnte einfach schön runter snipern. Und das haben sie jetzt behoben. Das heißt, wenn man da hinten mit dem Geist steht, geht's nicht mehr, weil ab einer gewissen Zone sagt er, äh, ich geh dann auch. Wenn er weg ist, bin ich auch weg. Ich glaub, das gilt nicht bei anderen. Bei was? Allgemein. Wo hat man das noch? Wir sind anders. Äh, bestimmt auch noch irgendwo. Können wir anders sein? Ich glaub nicht, oder? Ihr kleinen Mongos, wo seid ihr? Levin gehst du dann vor, oder? Dann bleiben wir nämlich hinten. Wenn du sagst du was hat... Funktioniert's von da oben? Von wo? Da wo ihr jetzt seid, geht das von da überhaupt? Nö. Also der Anfang, ja. Ja. Aber ab Geist einsetzen, nein. Ja, das war jetzt... Hier unten an dem Bergstrich, wo ich stehe, an dem kleinen Ding hier, an dem Zipfelle. Da geht's. Ja. Ist das der? Ne, das ist auch wieder ein anderer. Wir haben nämlich auch noch mal einen entdeckt. Hier unten, wo ich grad stehe. Ja, ja, wir haben auch noch mal einen entdeckt. Bist du da relativ safe? Aber wir könnten ja mal hier hin. Micha, guck mal, da wo ich hinschieß, da könnten wir auch mal hin. Wo ist das? Weil von hier, wenn du da oben drauf stehst, von da geht's. Wenn du dich immer wieder hier hinten ein bisschen versteckst und der andere stellt sich rechts neben den. Das macht der hier. Hier. Mama. Dadi, du meinst jetzt hier, oder? Genau. Ja, ich würde dann eher den anderen Fixpunkt nehmen, den wir da mal hatten. Ja, ich probier's einfach mal aus. Ich geh mal hier hin. Weil das ist den, wo wir jetzt hatten. Hier. Levin, wo bist du? Das ist doch unter mir. Guck mal, guck mal ums Eck. Also geh mal auf die Brücke. Ja, ich hab euch gesehen, da oben. Da wo der Micha ist, da waren wir letztes Mal. Das sind die letzten Punkte, wo wir hatten. Ja gut, das geht auch. Weil da geht's auch. Da kannst du dich nämlich ein bisschen zurückziehen, einfach bloß und in Deckung gehen. Und dann geht das auch. Ja, das geht's hier auch. Also an diesen kleinen Mini-Felsen vor der Brücke geht's auch noch. Aber weiter geht's halt nicht mehr nach hinten. Okay. Gehst du kurz aktivieren? Jo. Okay. Schuck, schuck. Hüpf, Häschen, hüpf. Schuck. Aua. Oh. Heyo. Denk nicht mal dran. Ich seh das. Was? Ich hab grad nur gesehen, wie ein langes Ding bei dem Dani hinten rein liegt. Aua. Denk nicht dafür, sah halt so aus. Oh Gott. Micha. Was ist denn? Ich hab ein Rohr für dich. Oh, ich geh weg. Ich bin so widerlich. Ey, ihr habt damit angefangen. Ja, ne. Ich mach nur weiter. Was hört ihr denn so? Ah. Ist ja hörend. Das sind so richtig schlechte Witze. Ich lach dann gegen später nochmal, wenn ich das letzte Blaine mal anschaue. Falls ich's rendern sollte. Und nicht mindestens 8 Promille drin hab. Am besten gleich. Der blödes Goblinviech. Huuu. Jetzt hab ich ja irgendwie aktiv. Achso, ich bin ja. Ich kämpfe ja wieder mit so vielen. Was sind die denn alle? Minoooooo. Genau der. Wickel. Ich. Nehm noch nur was. Da unten war noch was. Wickel. Nächste Runde. Next time. Next time. Wickel. 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 Oh, 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 oh. Links, 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 links. Oh, 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 oh. Dany tot, 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 tot. Dany wieder da, 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 da. Reinigung. Geh, Reinigung. Und Dany weg. Nein, nicht darunter, nicht darunter. Die Backen, mach dich unsichtbar. Und hol uns. Als Titan, super Idee. Warum spielst du aus Titan? Weil wann spielst du in Titan? Ich mach mich unsichtbar! Warum spielst du in Titan? Warum spielst du in Titan? Weil ich in Titan spielen. War wahrscheinlich der einzige Charakter mit dem du das noch nicht gemacht hast, weil du natürlich wieder ungeduldig bist und konntest wieder nicht warten. ja nein ich hab's nur mit einem gemacht ja viel spaß wieder zurück er auf den sicheren fleck warum unser weg ist auch soweit sicher man muss nur froh denken und schnell sein richtig juhu happy granaten er bleibt da stehen goblin bleibt mein geschickt auf die zwei so du auch nicht und du auch nicht aber dafür schießt du auf mich ich hole dich das war unser hauptgoblin ich hab mich gerade um die anderen gekümmert ja ich merke ich werde gerade noch geschossen ein bisschen ich hole dich da ist einer danke du und da ist einer also ich muss sagen dieses blau von krotha ist ein wenig gewöhnungsbedürflich ja das ist ein bisschen krass ja vor allem weiß ich nicht was das mit krotha zu tun hat er hat auch so ein komisches grün stimmt und ich sagte schon immer es ist hässlich er sollte aussehen wie in dem video ja nur da es nicht rota war sondern oryx weiß ich nicht wurde nie gesagt ist aber auch egal sieht scheiße aus dieses gelb ich habe mich fertig mit barbipuppen ich werfe barbis um mich ich bin fan heidewitzka so erster ist blatt verdammt ach du scheiß Viech hauptgirn 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 oh minu schießt auf mich so wo bist du da wo ich immer bin wo ist der minu keine ahnung ich habe nur bemerkt was auf mich geschossen wurde hab hier dritte ist auch kaputt hab hier dritte ist gut zähler ne so schön mit deutsch so alles einsamme was ich habe so dann wird sich schon mal die waffen dreiecke waffen noch ein dreieck sag ich dir nicht ach da ist ja eins war ja nicht nur ein grünes dingsbums ach da und noch ein dreieck einmal dreieck die welt ist so groß und läuft direkt neben mir das kannst du aber auch immer wenn ich ziel stehst direkt vor mir und schiebst mich weg ja komisch kannst du aber auch wir gehen auch zum gleichen tag unausgesprochen zu einem franchise unternehmen das baguettes verkauft lecker ohne uns abzusprechen gehen wir zum selben wie heißt das franchise franchise unternehmen freund scheiße meine freundenscheiße oh da vorne sind ja scharfschützen oh da vorne sind ja hüter gefallen hab ich nicht mehr gehört da war ich schon tot ja ich habe bewusst angehalten Ja, mein Sturr, der hat jetzt so eine lange Bremswürger. Dein Sturr? Was für ein Sturr? Pass auf, da vorne sind Minos, ich wollte den Sturr. Ein Sturr. Der Sturm. Zerstürr? Der Sturm. Bam, Minos. Nein. Bam, bloß. Arschviech. Bam. Stirb, Minos, stirb. Bam. Lass mir die Köpfe wegschießen. Was soll die Kippe wegschießen? Nein, Micha, nichts hier. Wer geht freiwillig, Läden? Wo? Ich. Ja, schön. Da vorne sind noch Harpien. Ich bin mit. Und Mino. Ich spiel mit. Ich bin durch. Ja, ich. Hey Harpien, was geht? Hey, ich bin ohne Kratzer durch. Ich auch. Au, 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 au. Aber er mich. Geil, geil. Nee, geht wieder, ich hab mein Lächer gestopft, danke. Oh Gott. Hiiii. Volles Risiko. Dani. Ach, der war auch schlecht. Hä? Dani. Das verstehst du nicht, das ist zu hoch für dich. Das verstehe ich nicht. Anstatt einen Zani, holt er einen Dani. Nein, fuck you, bitch. Ah, verdammt. Was machst du denn? Werben. Ja, das sehe ich. Ich wollte einen komischen Ding da anschießen lassen. Ja, ich wollte eigentlich gerade Dinge ins machen. Ja, weg. Verbrachend. Hast du alle weg? Ja. Alle wegs. Ich wusste, dass der Witz kommt. So. So, na, ist ein Priester noch. Axor. Was ist denn so? So. Der heißt so, Axor. Gott, jetzt reimt der. Ja, Axor. Ich muss mit 8 R's aussprechen. Axor. Jeder von der großen Autofirma, der LKW. Was? Das ist ein Actros. Es gibt auch einen Axor. Achso. Der ganz große. Der sieht auch so ein cooler aus. Damn. Nur kurz ein bisschen Geldzeug aktivieren. Hab hier, stirb, du Bitch. Nein, ah, ich sterbe, ah. Du Bitch, ja, passt doch. Ja, Bitch. Pity, bitch. Oh, da kommt was auf mich zu. I get. In's Gesicht. In your face. Das gibt dem Satz auch nicht so eine andere Bedeutung, ey. Oh, meine Güte. Da hinten schießt noch was auf mich. Ach, du Penner, rauf doch nicht weg. Rauf? Rauf doch nicht weg, du. Bimmelfechten. Was für schlechten. Ja. Ey, du Schieber. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, nee. Ist klar. Hallo. No. Geh zurück in. 0, 1. Nein, das war mein Problem. Du. Nicht du. Der Dinger da unten. Hat der da oben so ein kleines Problem? Nein, überhaupt nicht. Stirb du. Danni, kennst du das noch? Was? Ah, 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 ah. Nicht der Gefallen. Ach, 4, 3, 2, 1. Ne, ne, hoch und runter. Ah. Was? Er reibt sich an dir. Oh, Gott. Die beriebenen. Das kommt ja von dir. Felbekuchen. Hast ja du gemacht. Ja, ich hab einfach mal blöd damit angefangen und seitdem existiert es halt. Oh, Gott. Geht neben dem Dani auf irgendein Geburtstag. Aua. Was heißt Aua? Missgeschick. Wie? Den Architekten eliminiert. Das ist so geil. Der Satz. Oh, wie der Nüff. Ach, da hinten ist noch einer. Oh. Ja, beam dich einen Meter weiter. Das bringt dir sehr viel, du Vollspot. Pass den mit dem Scharfschützengewehr auf Visier und dann haut der ab. Tja. Du wirst dir schön den Kopf anvisieren und dann Pech. Ich nur. Bleibt da stehen. Aber du bist noch was. Du auch. Doch, Mann. Aha. Da fehlt noch. Irgendwo lebt noch was. Silber. Gib mir mal Deckung. Ich geh runter. Aha, ich seh was. Ah. Kaputt. Ah, da kommt noch mehr. Kaputt. Zieh noch. War das Schiff schon da, Nege? Nö, aber ich hab mit einem Schuss ziemlich aufgeräumt. Da kommt auch noch was rein gerannt. Ein grüner Bobbel. Komm aus deiner Höhle raus. Komm raus. Nein, nein, nein. Komm aus deiner Höhle raus. Nein, nein, nein. Ah, ich seh noch was. Denk, der ist... Und bei mir guckt so ein Geächteter. Genau der da unten. Ey. Ich glaub, das hakt. Ne, das ist, weil er noch in seinem Tor drin ist. Da werden sie da drin keinen Schaden machen. Raus da, du Mixer. Komm. Komm da raus. Ja, komm. Komm. Danke. Boah, wo kommt der hier her? Ah, aus dem anderen Tor wahrscheinlich. Schön. Ne, Wynn. Ja, nee. Gehst du kurz? Ja, einer von euch muss runter, weil wir müssen immerhin auch einen Arschenpriester holen. Stimmt. Hier lebt noch irgendwo was. Stimmt. Ich seh nur einen roten Kreis auf meinem... Ich seh viele rote Kreise. Ich nicht. Ganz viele Bobbles, cool. Ich seh aber auch nix. Bobbles. Ein blauer Bobbles. Wies. Ich schätz mal, die sind da oben noch. Warte, ich mach mich unzspann und geh hoch. Laufschlampe. Irgendwo da rechts müsste noch was sein. Ja, hab ihn. Genau das. Ah, von unten kommen sie auch wieder. Schiff. Schiff? Aua. Oh, Kanonen weg. Kanonen weg? Wir haben Kanonen weggeschossen. Was? Das geht? Ja. Ist das Schiff völlig hart? Wehrlos. Ja. Arme Schiff. So. Da unten ist noch was. Käpt'n, mein Käpt'n. Oh, okay. Wegkapitäniert. Wegkapitäniert. Ja. Hab ich es kapiert? He 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 he. Mit Papier? Ding Dong. Das ist eine gute Idee. Schon draußen. Ding Dong. Wohnt da jemand? Hallo. Achteros, komm raus. Nee, du liest ja anders. Achso. Ich besteig deine Kugel. Ich geh, der steigt auf deine Kugel. Oh, jetzt kommt euch. Also gehst du den Kabab die Eier oder was? Hey, komm raus du. Komm, spielen. Duff. Wie heißt er jetzt nochmal? Achso. Duff, Achso, rauskommt so viel. Nein, darf er nicht. Oh. Aber Herr Priester, bitte. Wir ziehen ihn heute los zum Spiel. Au, du warst weh, du Pennerviecher. Du Pennerviecher. So. Willst du hin? Raketen wäre einfach zu schwer. Ich komme nicht mehr hoch. Nee, das war nischt. Hup. Muss die Sniper loswerden? Hup. Nein. So. Hilfe, Mami. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Bei dir unten. Ich sehe ihn nicht. Neben dir. Sehe ihn nicht. Wo ist er daneben? Nee, das ist Levin. Achso. Aua. Ah. Ich sehe dich. Nach dem. Ist er tot? Fast. Ja, fast. Was heißt fast? Ja, guck nach. Tote. 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 Auch nochmal zwei Raketen mehr auf der Schüsse in die Fresse. Schiffe. Schiffe. Ist mir egal. Ich habe eine Kugel um mich rum. Hehehe. Du kannst bloß nicht rausfeuern. Gieß doch. Gieß doch. Nene. 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 Hey, Großer. Will jemand denn mal eine Kugel? Nee, du hast deine Kugel für dich. Oh, shit. Aua. Aua, 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 aua. Wird der rausgehen, aber ich glaube, jetzt sind wieder viele Gegner draußen. Ja, ein paar Captains. Die sind unangenehm. Ah, meine Kugel ist weg. Nein, die haben meine Kugel kaputt gemacht. Die löst sich halt auch irgendwann auf, ne? Ja, ja, ja. Die hat doch schon mal eine Haltbarkeitszahdung vergessen. Ein Verzehrdatum. Wo ist jetzt das Mistding? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Boah. Da ist er. Viel hat er nimmer. Ruf. Schieb mich nicht die ganze Zeit weg. Sorry, aber sonst sterb ich. Das Humble steht da oben. So ein Humblemann. Knapp dort. Arschlusser ist tot. Hey, ich hab die Heilrüstung bekommen. Helm des inneren Lichts. Und Micha hat für alles bereit. Sorry, na. Wer hat ihnen Licht? Ich mag das Spiel nicht mehr. Was für ein Helm des inneren Lichts und das ist schon wieder gelb. Äh, das ist... Warte, ich kann den dir zeigen. Für wen ist das vor allem? Den hier, den ich gerade anhabe. Wo bist du? Wo ist er denn? Da ist er doch. Ähm. Ach, das Leuchte-Dingens. Genau. Nee, da find ich die Disco-Lampe cooler. Die ist cooler, ich weiß. So. Ich glaub, das ging noch schneller wie Ding, oder? Wie Nexus? Nee, glaub ich nicht. Ich fühl's halt irgendwie. Mia, du bist dezent nicht begeistert. Kann das sein? Dezent nicht begeistert. Hört ihr das, oder? Ja, ich seh die nicht hohe Begeisterung bei dir. 22 Minuten, 21. Schönes Let's Play, wünsch ich euch einen schönen Tag. Das ist eingeknickt, weil die Gerla auch nicht bekommen hat. Ja, danke, dass es zumindest einer mitkriegt und sagt. Ja, ausnahmsweise denke ich an dich. Wie viel Prozent schaffen das nach Grota, äh, da was zu kriegen? Keiner, weil es gar nicht wahr ist. Echt? Warum hab ich es dann geschafft? Das, äh, ich hab auch das letzte Wort bekommen, aber die kriegst du so schon direkt als Drop. Das sagt nur danach noch am Anfang wegen, der hat was Exotisches bekommen und die andere nicht. Das ist alles. Ja, vor allem das Geile war, lauft danach bei den Wechs durch die Gegend. Auch cool, lila in Kram. Geht's um Koptarich, was krieg ich nochmal den vierten Reiter. Hab ich jetzt zweimal. Gut, aber trotzdem, bis zur nächsten Woche, vielleicht wenn's gut läuft. Und bis dahin, tschuuu. Tschau, tschau.